Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen Mazda sicherlich nicht übergehen. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Sie verfügen in diesem Mazda über eine Klimaautomatik, Servolenkung und Zentralverriegelung. Wir zeigen Ihnen dieses Auto gerne. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020